Ach so Leute, eins muss ich euch noch sagen, ich bitte euch jetzt einfach mal unter diesem Video, so aktiv wie möglich zu sein, dass ihr mir einfach zeigt, dass ihr noch aktiv seid, dass ihr noch da seid, dass ihr Bock habt auf tägliche Videos, auf Bad Wars Action und so weiter. Deswegen haut hier einfach mal richtig krass auf den Like-Button, alles klar, auf den Like-Button und abonnieren könnt ihr natürlich auch, wow, es kann sein, dass einer bei uns ist, aber haut mal auf den Like-Button und zeigt nur dem Video auch in den Kommentaren, dass ihr noch, dass ihr still there seid, sag ich mal. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf dem Map Cube World, Größe 4x5, ist ja eine Map, die ich sehr gerne spiele und es geht auch schon in einer Sekunde los, Leute. Was für ein Timing, als hätte man das geplant, aber nein, das kann nicht sein. Wow, 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 ach nein, das ist schon mit der Scheiße gelaufen. Leute, ich habe viel zu erzählen, ganz viel habe ich zu erzählen, nämlich, habe ich jetzt vergessen, um ehrlich zu sein, was wollte ich sagen? Ja, es ist Dezember, fangen wir mal so an. Ich habe im Dezember viele coole Dinge geplant, die ihr live und in HD erleben könnt. Vermutlich nicht live, aber zumindest schon mal in HD ist auch schon mal was. So, haben wir schon mal 4 Gold nach Hause gebracht, easy. Obwohl ich ja eigentlich hier sehr gerne rushe. Aber so sind wir dann diesmal mal safe mit 4 Gold, die ich nach Hause gebracht habe, um es nochmal kurz zu erwähnen, weil es so schön klingt. Wo war ich stehen geblieben? Die ihr live und in HD erleben könnt. Richtig, nicht live, aber in HD, habe ich glaube ich auch schon gesagt. Ähm, und zwar wird das Ganze nämlich so laufen. Dusche ich erstmal schon, ähm, ein neues Projekt mit Tobi steht quasi im Anschlag. Also, wir haben sogar schon aufgenommen, aber wir waren mit dem Video noch nicht so zufrieden, dass wir gesagt haben, das nehmen wir jetzt, können es schneiden und hochladen. Ähm, das ist doof. Leute, Leute, Boxing. Easy, easy win, danke. That was important. Äh, thank you. Ähm, weißt du, einmal guckt man kurz nicht hin, aber Gott sei Dank hat jemand anders noch hingeguckt. Man muss hier echt so krass aufpassen. Ähm, na. Ähm, da steht quasi schon, äh, warum habe ich mir jetzt nochmal einen Spitzer gekauft? Quasi schon in den, äh, Startlöchern. Wir haben schon aufgenommen und, ähm, das, äh, wird, sobald wir dann da auch die erste richtige Folge haben, mit der wir zufrieden sind, hochgeladen. Außerdem wird natürlich weiterhin GTA hochgeladen. Das, äh, ist ja jetzt, äh, klar, weil wir merken, dass ihr drauf Bock habt und uns macht das auch mega Bock. Dann gibt es noch weiter zu erzählen. Ich habe Sachen geplant, die ihr schon so, vor ewig, vor so ewig langer Zeit mal sehen wolltet, äh, geplant, noch nicht aufgenommen. Aber ich weiß schon, Datum zur Veröffentlichung und alles. Wow, das war ne Kombo, oder? Ein Bogenpfeil, bam, weg bist du. Weg bist du, von, äh, viermal her. Zack, dem habe ich mal den Weg frei gemacht. Weil, äh, Volks-Eisen-Reifen, Reifeisenbanken, wir machen den Weg frei. Kennst ja. Er baut sich... Oh mein fucking Gott. Wir haben einfach überlebt. Und ich glaube, die kriegen den. What the fuck. Mein Bogen. Der Bogen survived. Wir sterben so schnell nicht, liebe Leute. Ähm, was ich erzählen wollte. Jetzt komme ich schon immer drauf. Ähm, coole Sachen, die ihr, äh, schon vor ewig langer Zeit mal sehen wolltet, sind geplant, stehen auf dem... What the fuck. Da kam ein Fall. Wow. Alter. Das ist hier gerade ziemlich, äh, creepy. Von wo wurde ich denn jetzt abgeschossen? Na, was willst du denn? Du bist schon idiot. Ich seh dich doch. Ich kann dich da gerade noch nicht abschießen, weil du ein bisschen dumm bist. Ach, Junge. Äh, provozier mich doch jetzt nicht. Danke. Ähm. Ich, jetzt, ich bleib immer stehen. Das ist so nervig. Ich komm gar nicht dazu, zu Ende zu erzählen hier. Also. Ähm, coole Sachen sind geplant, Leute. Sachen, die ihr euch schon seit langer Zeit gewünscht habt. Und, ähm, ich weiß halt schon veröffentlichtes Datum und so. Muss halt nur nochmal gucken, äh, wie ich die aufnehme, nochmal ein bisschen durchplanen. Vielleicht kommt sogar was richtig cooles. Aber das steht noch nicht fest. Und das ist auch eher unwahrscheinlich, dass, äh, diese richtig coole Sache kommt. Aber es kommt vielleicht für euch was richtig cooles, was ihr euch schon lange gewünscht habt. Er hat leider auch überlebt, so wie wir. Er hat da auch so ein Glück. Ähm, schade. Also, eventuell kommt eine richtig coole Sache für euch. Die habt ihr, also ich weiß, dass ihr euch die schon immer gewünscht habt. Ähm, die kommt jetzt im Dezember auf jeden Fall. Das erinnert mich jetzt an Inscope, den ich gestern gesehen habe. Der, äh, sich darüber aufgerechnet hat, dass alle dem Dezember einen Namen geben. Habe ich jetzt nicht so persönlich mitbekommen. Oh, er will auf mich schießen. Äh, aber wenn er es sagt, dann wird es so sein. Er hat einfach den Bogen, ist das Traurige. Das heißt, wäre er richtig runtergeflogen, hätte ich seinen Bogen vernichtet. Mies gelaufen, Thor. Kann man jetzt nicht anders sagen. I can hit you. Moment. Ich dachte, ich kann dich hitmen. Zack. Weg bist du. Ähm, machen wir das mal weg hier. Alles klar, machen wir das doch nicht mal weg. Weil der Freak, ah ne, das war nicht meine Pfeile. Ich dachte, der Gelbe hätte auf mich geschossen. Dem war nicht so. Der Gelbe, der schießt, steht da. Alles klar. Wir bleiben eigentlich, boah, das ist so scheiße, dass ich auf Cube World in der Base bleiben muss und aufpassen muss, dass keiner kommt, ne. Das ist so ein Drecksgefühl, weil da draußen geht die Action ab. Da. Wenn ich jetzt bei dem wäre und den ficken könnte, hm. Bam. Hab Angst vor mir. Ich sagte, du sollst Angst vor mir haben. Sieht das nach Angst aus? Du sollst wegrennen, sollst du. Rennen. Ich springe lieber in den Tod, als von mir meinen Pfeil abzubekommen. Danke. Wow. Jetzt hätte ich richtig ziehen können hier. Nice. Easy. Man, ich treffe ihn halt. Wow. Alles klar. Easy würde ich mal behaupten. Easy, meine Damen und Herren. Ja, ja. Dann triffst du mich halt, weißt du. Siehst du? Siehst du? Alles klar, Tom. Siehst du, dass es mich irgendwo juckt? Aber auch nur irgendwo? Bam. Hast du schon wieder ein Pfeil drin? Du bist gesteckt von Pfeilen, bist du. Ich habe halt gerade ein Problem damit, dass der mich nicht in die Mitte lässt. Finde ich echt persönlich jetzt uncool. Er ist das, nämlich. Die stehen halt auch immer zur Zeit in der Base. Das sind solche richtigen langweiler. Ich will das eigentlich nicht. Ich will hier nicht stehen. Glaubt mir. Aber mir wird keine andere Wahl gelassen irgendwie. Danke für die grünen Schuhe. Also, man sollte zwar eigentlich immer mindestens zwei Helme dabei haben, aber Schuhe sind auch nicht schlecht. Falls sie mal dreckig werden, kann man sich immer neue anziehen. Das geht mir jetzt schon wieder sieben Minuten zu lang hier. Alles klar, Tom. Alles klar. Du beendest die Runde normalerweise nach null Minuten. Wir verstehen das. Wir verstehen das. Ist gar kein Ding. Ist gar kein Ding. Aber ich weiß halt echt nicht, wie ich denn jetzt in die Mitte kommen soll. Die treffen mich doch. Das ist ein Pro-Gamer. Seht ihr am Namen? Ist ein Pro-Gamer. Aber ich weiche mal seinen Pfeilen aus. Du weißt Bescheid. Ich bin hier der Pro-Gamer. Oh, der Alter. Es sind einfach drei Pro-Gamer in dem Team. Pro-Gamer Dodo. Pro-Gamer Fafa. Pro-Gamer Yodo. Aber der andere hat das Bett zerstört. Also, ich würde mal sagen, der ist der Pro-Gamer, oder? Ah, guck mal, da kommt er. Ne, das ist der Pro-Gamer irgendwas. Aber er ist Pro-Gamer. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Wow. So eine Person sollte man nicht Pro-Gamer nennen. Aber ich weiß es nicht. Ne, ich habe den getötet. Chillig, Pro-Gamer Dodo ist tot. Wollte ich nochmal kurz anmerken. Ich bin Team Grün, deswegen. Der ist nett. Aber ich bin jetzt in der Mitte. Meine Damen und Herren. Das war ja mal so unnormal knapp. Ja, erledige den mal. Das will ich nicht tun. Er schreibt was? Was? Tot. Das ist... Oh, Pro-Gamer Jojo ist hier, Alter. Bam, bam, bam. Pro-Gamer ist tot. Aber jetzt muss ich mich wieder zurückziehen. So viel Life habe ich nicht mehr. Wow. Ach, als ob. Mann. Das bringt mich zum Eskalieren. Dass ich jetzt wieder so unnötig gestorben bin. Aber... Ist egal, Leute. Jetzt können wir rushen. Wow. Ach Gott. Ich kriege meine Hotkeys nicht auf die Reihe. Warum ist die Spitzer jetzt wieder da? So. So ist richtig. Gut. Ey, pass auf, Leute. Der Pro-Gamer kommt. Easy Pro-Gamer. Hier. Da. Du bist kein Pro-Gamer. Ich habe drei von euch Pro-Gamer schon getötet. Oder zwei. Da ist gar kein Problem. Ihr könnt alle zu dritt aufeinander kommen. Ich tötte euch. Also wer ist hier der wahre Pro-Gamer? Wer kann so geil Hotkeyen wie ich? Niemand. Gar keiner. Die wissen wahrscheinlich noch immer, wie Hotkeys geht, oder? Oder wünschen die das? Das könnt ihr in den Kommentaren entscheiden. Da unten ist anders, habe ich gesehen. Aber der Pro-Gamer hat mir gerade die Kombo seines Lebens gegeben. Ich glaube, der ist danach aber runtergefallen. Vielleicht auch nicht. Ich kann das nicht genau sagen. Ne, ist er nicht. Aber dann boxen wir den Pro-Gamer-Joyo mal tot, würde ich mal behaupten. So, Pro-Gamer-Joyo. Hast du schon mal so eine Handkombo bekommen? Das ist nämlich die ultimative Handkombo. Bam. Mit der Faust. Weg. Ende. Ende im Gelände. Zack. Und ja, der Hotkey für die Tasse 3, den habe ich mir schon ziemlich weit weggelegt. Deswegen gehe ich meistens an die 3 nicht dran. So, Pro-Gamer. Fa, fa, ba. Alles klar. Alles klar, kriege ich einfach den Knockback. Der ist ja tausend, meine Damen und Herren. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr erkannt habt, wen ich nachgemacht habe. Ach so, Leute. Eins muss ich euch noch sagen. Ich bitte euch jetzt einfach mal unter diesem Video so aktiv wie möglich zu sein. Dass ihr mir einfach zeigt, dass ihr noch aktiv seid. Dass ihr noch da seid. Dass ihr Bock habt auf tägliche Videos. Auf Bad Wars Action und so weiter. Deswegen haut hier einfach mal richtig krass auf den Like-Button. Like-Button. Alles klar. Auf den Like-Button. Und abon... Ach, nicht abonniert. Abonnieren könnt ihr natürlich auch. Wow. Es kann sein, dass einer bei uns ist. Aber haut mal auf den Like-Button. Und zeigt mir das Video auch in den Kommentaren, dass ihr noch... Dass ihr still there seid. Sag ich mal. What the fuck? Buh. Lebt er noch? Nein, er ist tot. Er stott wie Mausetot. Mir fehlt glaube ich noch ein Helm. Ja, und N-Hose fehlt mir auch noch. Zack. Na. Fast, Torben. So weit bist du schon... So weit kommt schon, Leute. Da sind wir ja noch nicht mal mehr. Nur Hose kaufen. Was war das denn? Hat er... Hä? Wirft der gerade Enderperlen? Oder... Oder... Nein, der hat keine Enderperlen geworfen. Nein, der hat keine Enderperlen geworfen. Was kann man denn noch werfen, so? I don't know. Actually, eine Angel vielleicht hatte er. Maybe. Maybe. Maybe hatte er eine Angel. Okay, grün sind wir. Grün sind... Ja. Wiederhole einfach zweimal direkt hintereinander das gleiche Torben. War auch wieder so eine Aussage, wo ich sagen würde, kann man machen. Kann man auch sein lassen. Wiederhole zweimal das gleiche. Ich würde gerne mithelfen, aber ich bin leider ins Loch gefallen hier. Ach, gut, gut, dass der nicht gestorben ist. Der hat nämlich ein Eisenschwert. Weil das ist auch der Skiller. Der stirbt generell nicht. Würde ich mal behaupten. Ich deck den Skiller da mal von oben. Weil, wenn der Skiller noch einen Skiller dabei hat, dann... Er ist das quasi das Skiller Duo. Weil dann sind das zwei Skiller. So ist das, Leute. Warte, da müsst ihr mir glauben. Das ist halt wirklich so, ne? Als ob ich das nicht gemerkt habe. What the fuck? Er dachte wohl auch, er... Alter, er sammelt das Gold gar nicht. Das ist aber kein Skiller. Skiller sammelt Gold, wenn sie die Chance dazu haben. Wobei Skiller brauchen eigentlich gar kein Gold. Aber das ist jetzt ein bisschen gefährlich, was ich hier gerade tue. Oh Gott, im Himmel. Oh Gott. Oh Gott, damn it. I did it. I did it, meine Damen und Herren. Wenn das nicht Skiller ist, dann heiße ich ProGamer Fafa. Easy, Leute, easy. Ich weiß gar nicht, was ich anders dazu sagen soll. Also man merkt, die Runde geht 14 Minuten. Es ist einfach too easy für mich und mein Life. It is too easy. Too easy. Bam. Komm, hier der Blaue. Als ob er was könnte, weißt du? Als ob er was könnte. Als ob der Pfeil gerade ein Block neben mir eingeschlagen ist. Da getroffen. Ease. Dicke Pfeil-Kombo. Dicke Pfeil-Kombo. Dicke Pfeil-Kombo. Dicke. Aber Leute, es würde mir halt echt viel daran liegen, wenn ihr mal in dem Video, wie gesagt, unter den Kommentaren zeigt, dass ihr noch da seid. Und, wow, dieses Lack, das ich manchmal habe, dass ich halt Bock darauf habe. Oh, Gelb wird gerade anscheinend gemacht. Er fällt einfach, er ist einfach ins Loch gefallen wieder. Eskalieren wir hier auch mal ein bisschen. Der Bow Spam ist wieder real. Bow Spam ist am Stizzle. Sie haben halt alle auch noch den gleichen Skin, ist das Traurige. Das Traurige, aber wahre. So, Achtung Team Blau. Ja, Achtung Team Blau am Arsch. Ah, ja, von der Seite kommt die... Ah, okay. Easy. Ich kümmere mich ums Bett. So, Pro Gamer, dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Ja, Pro Gamer wegrennt anscheinend. Bam, weg ist er. Ich hole mir den dann. Ja, dich finde ich niemals, mein Lieber. Du warst quasi unsichtbar. So, der wird auch getötet. Getötet wurde er. Leute, Leute. Jetzt machen wir noch schnell Team Blau weg. Und dann war es schon von dem... Von deren Runde. Meine Freundin hat mir auch schon geschrieben. Und ich habe denen nicht geschrieben, dass ich aufnehme und das... Das mag ich nicht so gerne. Die sind ja tatsächlich richtig weit vorgerückt. Okay, ich kümmere mich ums Bett. Das möchte ich erst deffen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht runtergeschossen. Aber der hat ja gerade eh zu tun. Der hat da gerade zu tun. Er schießt auf mich. Alles klar. Aber ich bin da. Easy. Win. So. Ich habe halt Angst, dass ich von hier komme. Weil ich kenne die Taktik auf Cube World. Moment. Warum gehe ich nicht jetzt einfach über deren... Deren Weg. Über deren Weg. Und ähm... Deswegen also. Alles klar, Tauben. Weißt du was? Minecraft ist kein Spiel für dich. Geh einfach. Geh doch einfach raus. Mann. Wie kann denn sowas passieren? So true. I'm gonna call him. Er heißt einfach Cops. Deswegen dachte ich gerade kurz. Er wäre in unserem Clan. Und ich denke mir so. What the fuck? Das wusste ich gar nicht. Aber ähm... Ja. So fängt halt nur unser YouTube-Kanal an. Aber ein cooler... Cooler Dude auf jeden Fall. Dass der weiß, wie unser YouTube-Kanal anfängt. Schade. Ich dachte, die Welt hätte hier gerade nur einfach nicht geladen. Und ich könnte jetzt hier... Kühn langstulzieren. Was ich schon wieder für eine Kacke laber. Die Welt hat, äh... Nicht nicht geladen. Also, es war so geplant, dass... Das nicht funktioniert, was... Ich vorhatte. Aber... Ist okay. Dann baue ich mich hier lang. Ähm... Zack. Zack. So, wir bleiben mal gesneakt. Oh Gott im Himmel. Hab sie. Bam, bam. Oh nein. Oh nein. So, jetzt mal schnell hier hoch. Wenn ich das Bett kriegen würde... Das wäre... Ein riesiger Erfolg. Es ist halt echt so traurig... Dass er in dem Moment da hingeguckt hat. Oh nein. Er weiß, dass ich noch am Leben bin. Er weiß es. Der Feind weiß es. Boah, das Dach hab ich in... Ja, Leute. Weil alle so cool sind. Und immer sagen so... Ja, hier ist nochmal der Typ vom Schnitt. Also, das sagen immer so ein paar YouTuber. Find ich, glaub ich, cool. Dachte ich mir, mach ich das auch mal nach. Weil die haben Erfolg damit. Dann mach ich das auch mal. Also, hier ist nochmal der Turm vom Schnitt. Und, ähm... Ich hab die Zeitlupe nicht eingeblendet. Nicht, weil ich's nicht vergesse. Also, ich hab's nicht vergessen. Aber es sah halt einfach nicht krass aus. Das war's auch schon wieder vom Turm vom Schnitt. Es war so knapp, Leute. Vielleicht, wenn ich's nicht vergesse, kann ich mal... Wow. Der Pfeil, der da runtergefallen ist, der da oben auf dem Block lag, hat mich getötet. Traurig, aber wahr. Sowas ist echt, äh... Das sind ja echt die bitteren Momente von Minikraft. Aber wir scheinen's jetzt gerade zu machen, weil... Ja, easy. Ja, wir scheinen's zu machen. Sehr schön, Leute. Damit hat Team Grün den Bange... Alter, guckt es euch an, wie krass das hier aussieht. Alles bebaut. Da unten läuft noch einer lang. Aber den sollte... Nice, easy. GG, Leute. Was eine geile Runde Cube holt. Deswegen mag ich die Map auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da und zeigt, wie aktiv ihr seid in den Kommentaren und an den Daumen. Ich will die Daumen explodieren sehen, Leute. Ich hoffe, ihr könnt das mal so machen, dass ihr mal wieder so 60 Likes schafft jetzt in kürzester Zeit. Wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Täglich Videos. Bis dahin, haut da rein. Haltet die Ohren steif, liebe Leute. Und ciao.